Moin, was geht, Exo hier. Heute reden wir mal über die Time2Kill in Vanguard. Für viele ist es wahrscheinlich so, dass sie sagen, in Vanguard, da bist du instant tot, da kannst du nix machen, bla bla bla. Die Time2Kill ist viel zu niedrig, einer der niedrigsten Time2Kills jemals in ganz Call of Duty. Ich denke, da stimmen mir jetzt viele zu, richtig? Aber es ist genau andersrum. Aber da kommen wir gleich zu. Ich habe in der Vergangenheit auch schon öfters Kritik verübt. Einer meiner ersten Kritikvideos zu Vanguard war auch Time2Kill, Sprint to Firetime, etc. Aber das Ding ist, wie gesagt, die Time2Kill, die ist gar nicht so niedrig, wie man denkt. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Ich habe hier ausgewertete Statistiken von dem YouTuber Exclusive Ace. Credits gehen auf jeden Fall raus. Schauen wir uns doch erstmal die Time2Kill in Vanguard an. In Vanguard muss man die Time2Kill in zwei Dinge unterscheiden. Einmal haben wir Waffen ohne Aufsätze und einmal Waffen mit Aufsätze. Das Ganze ist jetzt seit Modern Warfare, Cold War und jetzt auch in Vanguard so geregelt, dass die Aufsätze, wenn wir uns jetzt einmal zurückerinnern, früher hast du dir in Black Ops 2 einfach, was weiß ich jetzt, oder in Black Ops 3 einfach einen schweren Lauf draufgepackt, fertig. In Vanguard, MW, Cold War ist es wie gesagt so, dass du jetzt einen kompletten Baukasten hast, wo du jetzt beispielsweise in Vanguard zehn Aufsätze drauf machen kannst. Wie man es auch schon gewohnt ist, hast du eine Waffe ohne Aufsätze, schießt sie gefühlt nur mit Platzpatronen. Machst du ein, zwei Extras drauf, vielleicht auch den richtigen Lauf, dann hast du auf einmal gefühlt eine komplett andere Waffe. Worauf ich hinaus will ist, dass in Vanguard die Waffen durch die Aufsätze enorm profitieren. Hier links im Blau seht ihr einmal die Time2Kill in Vanguard ohne Aufsätze. Die ist so knapp bei 240 Millisekunden. Wenn wir jetzt allerdings Aufsätze auf die Waffe draufpacken, wir packen jetzt die Aufsätze drauf, damit die Waffe wirklich am allerschnellsten killt, wir scheißen auf Rückstoß oder sonst irgendwas, wir wollen wirklich das Time2Kill Monster haben, dann liegt die schon so bei 170, äh, 160 Millisekunden. Sprich, wie stark die Aufsätze diese Waffe maßgeblich verändern, ist wirklich sehr, sehr gravierend. Und das war wie gesagt bei früheren Call of Duties nicht so. Meiner Meinung nach sollte das Ganze so laufen, dass du eine Basiswaffe hast und dann kannst du dir die Aufsätze zusätzlich draufpacken, aufpacken, die aber, wie man schon sagt, so ein kleines Extra, ein kleiner Aufsatz sind, um nochmal ein bisschen mehr aus der Waffe rauszuholen. Die jetzt keine Steigerung von 30% Gesamtschaden haben, sondern eher so maximal, wenn du sie gut gebaut hast, 10%. Ich finde, daran sollte sich Vanguard, bzw. Modern Warfare 2, welches dieses Jahr rauskommt, daran sollten sie sich orientieren. Das gleiche Spielchen können wir auch in Warzone anwenden mit der HP. Die Platten in Warzone ergeben zusammengerechnet 150 HP. Pro Platte 50 HP, das Basisleben in Warzone ist 100 HP. Also, wenn du Platten reinhaust bist, bei 250 HP. Und so sollte es natürlich auch nicht sein, wenn wir jetzt einmal kurz auf die HP gucken, also auf die Lebensenergie, wie was jeder Spieler aushalten kann. Platten 50 HP ist meiner Meinung nach viel zu viel. Das sollte auch nur ein kleiner Bonus sein, beispielsweise pro Platte 20, 25 HP. Das Basisleben in Warzone muss auch viel höher. Nur um das einmal kurz einzustreuen, dass vielleicht so Extras, Aufsätze, kleine Gimmicks viel zu stark sind, viel zu spielentscheidend sind, meines Empfindens nach. Aber schauen wir uns doch jetzt mal die Time to Kill von Vanguard an und die Time to Kill von Vanguard mit aufsetzen im Vergleich zu allen anderen Multiplayer Call of Duties. Call of Duty 4 beispielsweise war der erste und die Time to Kill ist nahezu gleich zu Vanguard. Wenn wir das jetzt mal weiterschauen, World at War war höher, MW 2 war auch ein bisschen mehr, BO 1 war sogar drunter, MW 3 war auch drunter, Ghosts war auch drunter, BO 2 war ein bisschen mehr, AW war mehr, BO 3, IW, WW 2, BO 4 war alles mehr. Das Einzige, was ein Stückchen noch mehr Leben hatte, ob man es glaubt oder nicht, war Modern Warfare 2019. Da war ja damals auch schon der Aufschrei so riesig, dass man zu schnell in diesem Spiel stirbt. In Cold War hatten wir massig viel Leben. Also ganz ehrlich gesagt, ich hätte es nicht gedacht, dass man wirklich so heftige Time to Kill Unterschiede hat in den Spielen. Weil vom Gefühl her, sag ich euch ganz ehrlich, in Vanguard stirbt man ziemlich schnell. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man in MW 2 minimal länger Hits gefressen hat, bis man eigentlich gestorben ist. Das ist wirklich mehr mal sehr interessant, sich das Ganze mal anzuschauen, weil ja viele auch immer sagen, früher war alles besser und so. Aber jetzt haben wir natürlich den ganz großen Punkt, woran liegt das? Woran kann das liegen, dass sich die Time to Kill trotzdem viel zu schnell anfühlt? Also statistisch gesehen ist es schon mal alles Humbug, wenn man sagt, im Vanguard ist die Time to Kill zu niedrig, im Vergleich zu den allerersten Call of Duties. Sehen wir ja bei COD 4. Was kann da natürlich so jetzt der maßgebliche Unterschied sein? Man kann sagen, dass der Aim Assist eine ganz große Rolle bei dem Ganzen spielt, weil der Aim Assist ist über die Jahre viel, viel stärker geworden. Woran liegt das? Seit MW 2019 haben wir ja Crossplay. Und beim Crossplay müssen die Spieler gleichauf mit den Tastaturen Mausspielern sein. Ja, das hat jetzt nicht so viel mit Time to Kill zu tun, aber wenn man mal drüber nachdenkt, wenn man stärkeren Aim Assist hat, beziehungsweise alle haben einen stärkeren Aim Assist, dann connecten natürlich auch mehr Schüsse. Dazu muss man auch einmal kurz überlegen. Seit MW 2019 haben wir ja in Call of Duty Dedicated Server. Früher hatten wir in BO2, BO1, MW2 Host Vorteile. Das heißt, du warst auf keinem Server. Irgendeiner mit der besten Leitung in der Lobby hatte den Host. Und wenn der Host hatte, hatte der Host Vorteil. Die früheren Call of Duty Spieler können sich noch daran erinnern, ach, wir machen keinen 1 gegen 1, weil dann hat der und der Host Vorteil. Sprich, bei dem Host connecten die Schüsse besser, alles drum und dran. Das sind alles wichtige Punkte, die man nicht vernachlässigen darf, die natürlich jetzt nicht so einen heftigen Einfluss auf die Statistiken haben. Aber es sind schon mal ein paar Punkte, die man auf jeden Fall mal ansprechen muss. Zudem muss man auch sagen, dass, wo wir gerade beim Aim Assist Thema waren, dass die Schüsse, auch mit der Connections, viel besser connecten können, weil natürlich die Rückstoßmuster viel detaillierter geworden sind. Und somit kann man viel besser das abschätzen. Man könnte jetzt damit argumentieren, viele machen das ja, auch beim SBMM-Thema, dass die meisten Spieler einfach über die Jahre hinweg besser geworden sind. Das ist natürlich nicht so. Das ist natürlich kompletter Mumpitz, wenn man jetzt sagt zu einem, ja, du hatest SBMM, obwohl eigentlich im Großen und Ganzen alle Spieler ein bisschen besser geworden sind. Das ist totaler Humbug, um das erstmal aus dem Weg zu räumen. Wenn wir uns das einmal anschauen, mit Warzone sind natürlich ganz, ganz viele Spieler neu zu Call of Duty gekommen und die mussten sich natürlich auch erstmal einspielen. Also jetzt zu sagen, also ihr glaubt doch selber nicht, dass seit COD4 oder BO1 oder was auch immer, die gleiche Spielerschaft immer noch in Call of Duty ist. Also das ist ja natürlich Umfug. Das Wichtige ist nur, dass man den Grundgedanke hinter der Argumentation versteht, dass allgemein Mechaniken im Spiel sind, die Spieler besser die Schüsse connecten lassen, wie beispielsweise den Aim Assist oder halt das Rückstoßmuster, dass die Spieler das wirklich viel, viel besser abschätzen können wie früher. Geht doch einfach mal auf YouTube und guckt euch einfach mal COD4-Gameplay an, wie da der Rückstoß war. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, außer ihr spielt es momentan vielleicht noch aktiv. Das kann ja auch sein. Aber auch beispielsweise der Host-Vorteil, wie schon erwähnt, spielt ein enormer Faktor. Und das sind natürlich alles Mechaniken, die die Spieler besser treffen lassen. Die Time to Kill von Vanguard ist natürlich so im Mittelfeld, im Durchschnittswert von allen Call of Duties. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, welche Time to Kill von welchem Call of Duty für euch so am allerbesten war. Ich würde sagen, Black Ops 3 war so meine Zeit, wo ich sagen würde, yo, da hat eigentlich größentechnisch alles gepasst, so von der Time to Kill. Wenn wir uns jetzt mal BO4 angucken, das ist natürlich jenseits von Gut und Böse. Meines Empfindens nach ist das viel zu hoch für einen Call of Duty. So BO3, IW, WW2 finde ich da schon echt gelungen. Gleiches gilt natürlich auch für Cold War oder Vanguard, die Time to Kill ohne Aufsätze, ganz wichtig zu erwähnen. Und wenn wir gerade nochmal bei Aufsätze sind, ich finde auch, wenn Call of Duty das so handhaben wird, wie ich das erklärt habe, dass die Aufsätze wirklich nur die Waffe verbessern und nicht komplett umändern, dass es vielleicht auch, wenn man mal drüber nachdenkt, weniger Balancing Probleme geben würde. Weil wie gesagt, es ist halt der Punkt, den ich machen möchte, dass Aufsätze Aufsätze sein sollten und nicht eine komplett neue Waffe erzeugen sollen. Das ist natürlich ja Schwachsinn in meinen Augen. Ich denke, so seht ihr das auch, oder? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.